Bitte einsteigen! Die Linie 5 fährt vom Hauptbahnhof durch das Herz von Salzburg und zählt schon jetzt zu einer der beliebtesten der Stadt. Mit Sicherheit wird die Linie 5 jetzt aber noch beliebter, denn aus ihrem O-Bus wird ein E-O-Bus. Mit seiner hochmodernen Technik kann der E-O-Bus von der Oberleitung abdocken und ausschließlich mit Batterie fahren. Von der Stadtgrenze bis nach Grödig und wieder zurück. Sie als Passagier können damit einen wichtigen Beitrag für unsere Umwelt leisten. In den neuen komfortablen Bussen bequem in die Stadt zur Arbeit pendeln oder die vielen Highlights genießen, die Grödig und seine Umgebung zu bieten haben. Von der Wallfahrtskirche, der Untersbergbahn bis hin zu lokalen mit regionalen Schmankerlen. Steigen Sie doch ein in den neuen E-O-Bus. Wir freuen uns auf Sie. Salzburger G, wo Zukunft ins Leben kommt.